Schutzschild, bringt ja noch nix. Oh, es hat gut was gekriegt auf den Stall dafür. So, dann machen wir noch ein dicker Feuerflug. Gut, Gigasarger juckt mich nicht, weil es ist ein Viertel der Schwächer. Flug und Feuer. Ja. Komm, wird gegrillt, du Mistvieh. Zugabe, wo Glurik ist beendet, interessiert mich ein herzliches wenig. Weil mit dem letzten Feuerflug müsste dieses Gorgasorn weg sein und wir sind durch. Ich glaube, wir sind nur drei Kämpfe immer. So. Ich glaube, ja. Dann hätte ich eben noch mehr. Dann mal wiederholen wir diesen Test. So, weitere zwei Gewinnpunkte. Glückwunsch, was rank 3 erreicht. Sofern es rank 3 aufstiegsbekommen ist, so eine Belohnung. Ein weiteres Sonderbombomben. Vielen Dank, wir haben uns bald wieder. Genau, das machen wir auch und dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir sind beim Kampfturm. Willkommen im Kampfturm. Wo ich dir nachdem, wie wir das sind. Bitte wähle nach welchen Regelmöglichen Pokémon du kämpfen willst. Okay, weiter geht's mit der Anfängerklasse. Okay, ich behalte mein Team weiterhin, was ich behalte, was ich am Anfang hatte. Nämlich Glurak, Morpeko und Hinterlion. Sehr gut, hinterlangen bitte. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Finalkampf haben. Nein. Vielen Dank, dass du mit Kipps, weil ich noch sehr jung bin. So, er fängt an mit Knüpfen. Mikey, ich weiß gar nicht, wann wir den Champion auskommen können. Ich muss mal gerade was gucken, liebe Leute. Moment. Moment. So, jetzt habe ich meinen Spielberater geholt, damit ich jetzt weiterkomme. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit dem Kampfturm weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit dem Kampfturm ist. Und die Reiche wird wehtun, wenn der durchkommt, seine Attacke. Ja, Reiche ist Elektron-Pokémon, ne? Das ist Reiche-Don't-Klue. Okay, das wird mich jetzt wahrscheinlich sofort weggrillen. Ich habe eigentlich nur mehr Peko als Pokémon, dass ich ein bisschen wehtun könnte. Aqual-Durchstoß. Komm. Ah, nein! Das Viech hat eine fromme Initiative. Ja, ich habe gar keine Chance gegen das. Ich habe so eine Bombe-Initiative. Okay, dann kriegen wir jetzt auf die Fresse. Hä? Hä? Ach so, freundlich, guck mal. Husten brauchen wir noch mal. Gut, dann ist dieses Reiche jetzt immer weg. Ja, jetzt bräuchte ich meinen Fassern-Pokémon, weißt du? Dürre. Okay, jetzt wird mich wahrscheinlich trotzdem besiegen. Ich komme nicht mehr alle drei durch. Da bin ich mit dir dazu wette, dass ich es nicht durchkomme. Okay, jetzt geht's. So, ja, das war alles klar. So, ja, das war mir fast klar, dass er da nicht gewonnen hat. Die Frage ist, wie geht das jetzt hier? Schade, dass du nicht gewonnen hast. Für uns rein, dann ist mal der Glück. Wie sind denn die? Warte mal. Erklärungen dann. Ich hätte gerne mal die Regeln oder zumindest mal gewusst, wie das hier weitergeht jetzt. Okay, ich hätte gerne mal weiter. Ich wüsste gerne mal, wie es weitergeht hier. Weit. Was haben wir hier? Eigentlich müssen wir ja... Ich habe jetzt keine Regeln, keine Regeln oder kein Dings. Moment. Also, was muss ich hier tatsächlich jetzt schon wieder Feierabend machen? Das will ich eigentlich hören. Ich wollte eigentlich natürlich auch schon schön... Ah, hier steht irgendwas für ein Kampfturm. Okay, Moment. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so flammer von daher das ganze chinesisch und kingstein so flammen wird noch ein ich hoffe ich habe mich noch mal ich habe kein bisschen zurück einfach nicht ein bisschen glück gehabt zwei gewinnpunkte erreicht auf jeden fall der letzten kämpfer der reihe das wollte ich eben die ganze versuchen zu erreichen dass wir gegen dealien kämpfen weil dealien ist quasi der hingegener dieser klasse okay dann machen wir das jetzt heute und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um die Doppelkämpfe ich hoffe da war alles challenge auch dealien die Ehre und gibst in diesem Kampf alles was du hast ja wir fangen an mit Pantyphras okay das ist super gut das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht für uns so da gehst du auf Inferno oh die Pocke dann kriegst du halt noch eine Möglichkeit dann ist das heute der letzte Kampf ja tschüss Pantyfrost oh der Pantyfrost oh jetzt ist jetzt schon sein Glura okay er setzt jetzt schon Dynamax ein okay naja das war mir fast klar dass ich das mache ich muss das ja machen weil ich kann in der nächsten Runde auf Dings gehen auf mein Wasserpost deswegen habe ich ihn hier okay hat er dann noch eins jetzt ne ich muss in der nächsten Folge gucken und dann gehen den Anfang der Doppelkämpfe an dann können wir mal einen Doppelkampf versuchen das habe jetzt dealien kommen der dealien ist quasi immer so der Endgegner der Reihe na klar kann man immer noch weitermachen aber wo ist das noch was ja diese ja nicht viel ja nicht viel Wasser 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 ja yes oh der Volltreffer knackt ihn also was hast du als Hitzes Durengard Taktikwechsel setzt sich schon als Königsschild ein jetzt hoffe ich dass ich mit deiner Flut das Durengard wegbekomme noch ein Volltreffer mit zwei Volltreffer beenden wir das Turnier damit müsstest du dir wieder in die Siegzeit ganz wie erwartet ein Kampf gegen dich ist immer etwas besonderes mit deinem Sieg für mich bist du herangestiegen du bist echt eine Wuchtkämpf ich war mir sicher dass diese Aufgabe anfangs heute im Kampfdome für dich und deine Pokémon kein allzu großes Hindernis sein würde aber ich übermütig deine Kampfdome hat da so einiges im Petto das war schließlich erst der Anfang hier das möchte ich dir meine Liga-Karte geben das ist übrigens eine seltene Auflage so die letzte Liga-Karte wir haben uns ja hoffen 4 erreicht du hast die Pokémonklasse erreicht so auf Feierbebenstern du bekommst eine Belohnung du hältst zwei Sondermugze Und an den Silberkronenkopf. Ein Anfolge Pfiffig-Münze. Ich stecke es an den Verteidigung. Okay. Und fünf weitere Gewinnpunkte. Wir haben die Richterfunktion freigeschaltet. Und wir können die Musik auswählen, die bei Kämpfen im Kampfraum abgespielt wird. Wir hören uns bald wieder. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Liebe Leute, das war es mit Pokémon-Schwerden. Und in der nächsten Folge, oder die beiden nächsten Folgen, in der nächsten Aufnahme, werden wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir noch die Doppelkämpfer beim Pokémon-Kampfraum haben. Und dann sind wir tatsächlich auch durch mit dem Spiel. Zumindest, was die Ereignisse und was die Sachen, was die zu tun oder verledigten Dinge betrifft. Ja, ich wünsche euch noch was. Wir werden uns hoffentlich morgen wieder um 16 Uhr. Versprechen kann ich es nicht. Es kann immer mal passieren, dass irgendwas dazwischen kommt. Aber wir kriegen es schon noch nie. Bis dann. Tschüss.